Prozent Koto Koko Hüssen Topper eigentlich Chopper Ne Kappung Chopper Warum Chopper? Was Chopper auch heißt Das schreibt man doch nicht Englische Wort für Kupfer Das ist doch nur mit nem C und nicht mit nem CH Ja und? Oh Gott Danke Bist du bei tausend? Was? Ja bei x tausend Gleich ja Ok Denny spielt MW2 Interessiert mich nicht Äh Komm essen 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 Seine Sachen sind jetzt mal auf jeden Fall gesaved Ja Nicht so sozial von dir Mach ich immer Naja Ich hab mir jetzt auch 5 Minuten den Arsch ablachen können Was ich eigentlich gedacht hätte was du machst Echt? Ja Ich steh so Ich steh so neben deinen Sachen Und dann kommst du grad zu her gelaufen Sag ich so oooohh Ähm Oh wär das fies Oh wär das fies Ey wenn wir da noch ne Hülle gibt Wir sind direkt an der Hülle vorbeigelaufen Ernsthaft? Yep Was hast du gar nicht mal ne kleine Hülle Na egal Markiere Kann ich ja markieren Kann ich ja markieren oder? Mann ich bin zu faul dafür Irgendwann in den nächsten 33 Jahren wird mich schon wieder finden Ja das Projekt geht ja über 5 Jahre jetzt etwa Ja Also locker so 10.000 Folgen Ja aber das ist gar nicht sogar mehr Das ist gar nicht möglich in 10 Jahren Äh in 5 Jahren Was? 10.000 Folgen zu schaffen? Ja Klar locker Ein Jahr hat 365 Tage Ja und? Ja gut Mit hochladen ist das anderes Achso du meinst zu spielen Und aufnehmen Ja das wäre ja kein Problem Ja ok müsste ich halt noch ein paar Festplatten kaufen Oh mein Gott Das müsste ja möglich mal durchziehen Das Projekt hier Ja einfach mal so so Irgendwie Ja keine Ahnung Das ist das Das ist das Ein Spiel so saulange spielen 500 Folgen Jawohl wir haben wir Wir haben ja schon die Season lang angekündigt oder? Ja haben wir? Haben wir? Haben wir? Ja haben wir weil Weil wir ja gesagt haben dass es ja eher so eine Bau Season ist Weil die letzten Weil die letzten Die letzten Und ich denke dass wir Da wir auch immer ähm Sozusagen Ups Offline Ja ähm Terraform zumindest ich Wird zumindest der Platz nicht ausgehen Und ich denke Ideen werden wir immer haben Ja Weil wir werden wir sind ja oft zu zweit oder zu dritten Und ich denke kaum dass da mal jemand nicht weiß was man bauen soll Wie zum Beispiel Ja selbst Jonas Ja selbst Jonas ist ja letztes Mal was eingefallen weißt? Ja Mit dem Turm Und er hat ja gesagt er will jetzt voll fertig bauen in den nächsten Aufnahmen Finde ich ja in Ordnung Damit der halt auch mal was macht Ob es auch einhält oder ob es überhaupt was gescheitzt wird Er hat gesagt er strengt sich an Hat aber dabei das so Und bei seinem Haus hat er sich aber auch angeschränkt Na da kann man bei Naja da kann ich eigentlich nichts dagegen sagen oder? Nö Gut das reicht zwar jetzt nur für ihn aber Ist ja egal Er wollte ja nicht bei uns einziehen Ähm Ja So und dies wirklich außen rum Oh lol ich bin jetzt genau 1370 Meter Aufs Komma genau Jetzt entfernt von Zuhause Was 1370 Mhm Äh Warum sind es bei mir dann fast 1500? Hm Hm Du kommst ich seh dich da grad runter laufen Den Berg Ja wir müssen es aber 1500 Blöcke Echt? Ja Wo hast du den Wo hast du den Waypoint gesetzt? Äh ich glaub kurz vor die Trapdoor Hä Ich hab ihn auf die Trapdoor Halt links 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 Ja ich hab dich schon gesehen Guck mal da geht's runter Ich will keinen Schaden bekommen Nein das sind Halt stopp das sind meine Sachen Meine? Ja hier die hab ich im Inventar Warte Ich hab meine da reingelegt sozusagen deine aufgesammelt Die ganz oberste Reihe ist noch deine Die ganz oberste Reihe ist noch deine Sooo Ah Ich hab aber kein Gravel im Inventar Ich hab aber alles nicht Und auch kein Fleisch Doch Ah ne stimmt das hab ich grad eingesammelt Das Gravel hatte ich auch noch nicht definitiv nicht Dann tust mir halt rein Ja Und das war auch eins Äh ein Schwert Ein Schwert gehört mir Ne das gehört mir jetzt halt Ich hab kein Schwert der danke Das gehört nicht mir Oh doch der gehört mir Ähm Ich hab keine Schaufel Hast du noch eine Schaufel übrig oder so? Nein das ist immer eine Schaufel die ich hab Hast du noch Eisen? Ja Kannst du mir vielleicht kurz eine machen? Achso äh Ah ich hab da ein Eisen im Inventar Muss mein Holz Was für ein Holz? Habe ich dir zugeschmissen Achso Habe ich grade nämlich gesehen Es sah so Erde ähnlich aus Du dumm du dumm du dumm Äh wo ist das Eisen? Da ist das Eisen Warum hab ich Dirt? Frag mich doch nicht ich hab auch Dirt und ich hab keins gesammelt Er kann mal weg Hast du mir Eisen gegeben? Na ich hab dir eine Eisen Spitzel äh eine Eisen Schaufel gegeben Ah ja stimmt danke Aber warum nehm ich das eigentlich mit? Das hier? Ähm Das sieht doch nicht warum du das mit nimmst Nehm ich lieber Dirt mit Ah den Leder Ah den Leder Das wär weg Ähm 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 Ja komm scheiß drauf Ähm 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 Habe ich schon gut Habe ich schon gut Da kommt der noch dahin Da kommt der noch dahin Na komm Oh fuck mit Weg Was? Was? Tschüss Kirste Ich müsste schon mein Death Point weg machen Ähm Death Point Boah 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 ich hab'n Riss Ein Riss hast du? Ja und ne Boah 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 Wo gehst du hin? Du hast doch Kopper vergessen Äh Chopper Äh Kopfer Äh was auch immer Dirt grüne Ding halt Äh Orangeschne Mein Gott das sprechen schwer HA Hm Nicht unterspringen Paddy Loi Warum nicht? Du hast dich bei mir wieder teleportiert Nach unten Achso Hier geht's hier stein Ich geh mal auf der anderen Seite rein Mach das Water Vielleicht treffen wir uns ja oder so Na glaub ich nicht Alter wieviel Eisen hier isch Ich hab Kohle Ich kann das Eisen nicht aufnehmen Dann schmeiß ich halt Sand weg Wo ist die Gackspinne alter? Ich hör sie doch ÄCH throughput Ohhoho Alter geht's hier stein nach unten Ich hör ein Zombie verbrennen das ist noch ein sap ausgang gefunden ausgang wohin draußen ist ein vollidiot das ist ein ausgang hinführen das hat ein zombie verbrannt ich bin wieder draußen oder was ich hörte es ja